Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lichttechnik Video von DJ Atomic. Heute habe ich euch einen ganz besonderen Lichteffekt mitgebracht und was das für ein Hammerteil ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja bei dem Lichteffekt handelt es sich um den Astro 360 von Showtech. Es ist ein Hammerteil, so im Retro-Style. Hier oben sind acht LEDs RGBW und das Ding dreht sich sowohl um diese Achse hier, dann kann er so schwenken und gleichzeitig dreht er sich noch mal hier unten um seine Achse. Und zu welchen geilen Effekten das führen kann, das zeige ich euch jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020